Wollt ihr noch vielleicht? Ja gut! Was geht ab, Leute? Detex hier und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es ordentlich krachen und ab geht's. Leute, was geht? Euer GHKF ist am Start hier. Und ihr merkt schon, es ist immer noch voll hier ab. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und viel Lack im nächsten Jahr, Leute. Auf viele Clips. Und die 15k sind drin, oder? Naja, viel Spaß und haut rein. Peace out. Alles gut. Yo, yo, GHK Bayern hier. Zum Jahresvlog von GHK-Sniping. Bin erst seit einem Monat dabei. Trotzdem vielen Dank für die Aufnahme, Jungs. Es war echt lange gegrindet dafür. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall guten Rutsch. Viel Erfolg im nächsten Jahr. Und vielen Dank für 11.000 Abonnenten. Beziehungsweise beinahe 11.000 Abonnenten, ja. Macht's gut, Freunde an der Sonne. Und bleibt auf jeden Fall fresh, ja. GHK Gangshit. New Year Vlog 2.0. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues 2018, ne. Ich bin grad hier mit meinen Homies, ne. Einer davon, der steht grad neben mir. Ihr kommt auch safe auf hier. Das ist auch so. Ihr wisst Bescheid, Boys. Stay fresh. Immer auf dem GHK-Channel aktiv bleiben, ne. Ihr wisst Bescheid, euer GHK Revice. Grüße gehen raus für 2018. Ich liebe euch alle. Ich liebe meine komplette Gang. GHK ihr seid die Hälftigsten. Auf Wiedersehen. Grüße gehen raus. Frohes Neues. Auf Wiedersehen. Auch von GHK Sam und von Schwitz Keule. Das war die GHK, aber scheißegal. Wir sind grad feiern. Frohes Neues. Rutsch gut rein. Rutsch nicht zu weit. Rutsch nicht zu weit. Haut rein, Jungs. Peace. Was geht ab? GHK K.O. hier am Stag. Ihr wünscht euch alles Gude für 2018. Du, wie ist mein Brüllen steht runter. Was geht ab, liebe Freunde. Der Affe mit Waffel GHK Feier hier am Start. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2018. Macht was draus. Ich habe auf jeden Fall gut die Sau raus gelassen. Man sieht es vielleicht an meinen Augen. Ich sehe aus wie so ein kleiner Chinese. Aber eigentlich geht das voll klar. Ich wünsche euch viel Erfolg, viele gute Clips und danke dafür, dass ihr diesen schönen Kanal hier abonniert habt. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr auch 2018 uns noch weiterhin gut unterstützt. Immer schön, immer schön die neuen Videos reinziehen und meine Episode, mein Introducing wird fortgesetzt und ich schwöre euch, ihr werdet das nicht bereuen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und nochmal beste Grüße an die komplette GHK Familie von GHK Feier aka dem Affe mit Waffe. Macht's gut, Jungs. Ciao. Moin Leute, GHK Lyrox hier. Ich wollte euch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen und Grüße gehen raus an den Red Hat Nasty, der leider immer druck macht, wenn es um Vlogs geht. Die mag nämlich keiner. Ja, diesmal kommt nichts besonderes von mir und Feier, aber ihr könnt gespannt sein. Wenn der nächste Meilenstein erreicht ist, versprechen wir euch, dass wir auf Kaka hohen werden. Also Feier und ich werden Vlog-technisch so auf Kaka hohen, dass das würde viral gehen können. Also haut mal rein da jetzt, ihr Penner. Guten Rutsch ins neue Jahr vom GHK Farid. Ich schau dir noch das Startfinale an. Rutscht gut rein und Peace. Jo, was geht? GHK Flaki hier und ich wollte mich nur bedanken für die ganze Unterstützung 2017 und ich wünsche jedem Abonnenten und jedem aus GHK wirklich ein wunderschönes neues Jahr und viel Glück auch im neuen Jahr und viel Luck natürlich auch. Jo, was geht ab? Euer Editor GHK Desper hier. Erstmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und mein Shoutout geht an alle Member und alle Abonnenten. Es ist so geil, dass wir 10k Reis haben und wir werden immer weiter nach oben gehen. Haut rein, Peace. Ciao. Jo, Leute. Was geht? GHK Zaku hier am Start. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr 2018. Dickes Dank an diese ganzen Subscriber, die uns so tatenkräftig unterstützen, an alle, die uns helfen. Ich wünsche euch viele gute Clips. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Start gehabt in dieses Jahr. Damit verabschiede ich mich auch schon. Also haut rein, Leute. Ciao. Jo, Moin. GRK. Hi Sky. Wieder da. Und von mir auf jeden Fall auch ein wunderschönes, fröhliches neues Jahr. Guten Rutsch euch allen. Und bleibt sie locker. Abonniert uns weiter. Und gönnt euch unsere ganzen Team-Tages, Montages, EPs, etc. Ja, das war's von meiner Seite aus. Es ist morgens 6 Uhr. Ich bin mega im Arsch. Jo, wir sehen uns. Jo, was geht? GHK Dave hier noch von mir. Alles Gute in den neuen Jahr. Supportet uns weiter so. Gebt Gas, meine Freunde. Und haut rein. Jo, was geht, Leute? GHK Kiva hier und... Oder ne, AK Bundesland Deutschland hier. Ich wünsche euch allen frohes, meine sehr. Und hättet viele Clips. Passt auf euch auf. Peace out. Jo, was geht, liebe GHK Zuschauer. Frohes Neues auch von mir. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, dass ihr alle Ziele erreicht, die ihr euch vorgenommen habt im neuen Jahr. Ja, das war's auch von mir. Macht das Beste aus dem Jahr. Danke, GHK. Danke für das erfolgreiche neue Jahr. Ich bin GHK-Sane. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Danke an Hesse, dass er in mich vertraut hat. Und ein ganz spezieller Kurs geht GHK an. Der klappt immer an mich. Das heißt, egal was kommt, egal was passiert, der klappt immer. Ich war jetzt ein halbes Jahr inaktiv. Ich habe viel privat und familiär getan. Aber Akur war derjenige, der immer zu mir gestanden hat. Und dafür liebe ich GHK. Weil du für jeden gehen kannst und sagen kannst ein frohes Neues, ohne danach zu denken, Okay, der hat sich angelogen. Nein. GHK, for real. Danke GHK. Danke, dass ich hier da bin. Mein Name ist GHK-Sane und ich liebe euch Leute. Frohes Neues, guten Rutsch ins neues Jahr. Und 2018. Ich verspreche euch, es wird ein sehr gutes Jahr. Denn GHK ist da. Es ist da. Akur ist die Liebe. Nein, es klappt. Was geht Leute? GHK Freaks ist hier. Und ich wünsche euch allen ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid sehr, sehr gut reingekommen. Seid gut reingerutscht. Habt ordentlich gefeiert. Habt wahrscheinlich auch ordentlich euch abgeschossen. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere den Arm vor der Playstation verbracht. Kann auch sehr chillig sein. Ich bin persönlich nicht so der Fan davon, sich da volllaufen zu lassen. Beziehungsweise so die ganzen Böller zu knallen. Ist für mich eher rausgeschmissenes Geld. Da öffne ich lieber ein paar Packs in FIFA oder ein paar Packs in COD. Und ja, ich hoffe, ihr habt aber trotzdem ein schönes Zusammensein mit eurer Familie. Oder mit euren Freunden gehabt. Und habt dann ordentlich feiern können. Und ich würde mich auf jeden Fall nochmal für das Jahr 2017 bedanken. Es war irgendwo auch echt ein krasser Feedback, was wir immer bekommen haben. Wir haben zwar keine Daily Uploads oder sowas in die Richtung. Aber wir versuchen echt viel für euch zu machen. Und viel für euch irgendwie so im Entertainment-Bereich zu machen. Und ja, ich hoffe einfach, ihr respektiert das Ganze. Dass halt nicht jeden Tag ein Video kommt. Und würde mich sehr, sehr darüber freuen, ob wir dieses Jahr vielleicht die 12, 13k vielleicht sogar ein Stückchen höher gehen können. Wir haben auf jeden Fall, denke ich mal, schon einiges geplant. Momentan ist ja auch die Legend 2 Team-Tage draußen, die auf jeden Fall sehr heftig editiert wurde. Wo ich persönlich auch einen Clip drin habe. Und ich glaube, da bin ich schon sehr, sehr froh darüber, wenn überhaupt ein Clip in einer Team-Tage von mir, von uns, mit mir ein Clip gefüllt ist. Und ja, ich würde mich nochmal dann an dieser Stelle nochmal extrem bedanken. Und hoffe einfach, dass der Clan auf jeden Fall noch weitere Erfolge feiern kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Ciao!